darüber entscheiden, wie wir den Klimawandel bekämpfen, unsere Gesundheit schützen, Gemeinwohlinteressen verfolgen oder sollen diese Gesetze weiterhin im Parlament verabschiedet und an ordentlichen Gerichten, die wir von Richtern vertreten werden, die sich an den Interessen aller Beteiligten orientieren. Es wird immer so getan, als ob sich durch CETA an unserem Verfassungsrecht nichts ändern würde. Es wird darauf verwiesen, dass der Staat das Rights to Regulate behält. Man braucht aber nicht lange zu spekulieren, was unter CETA wirklich passieren wird. Der Energie-Charta-Vertrag zeigt dies bereits sehr genau. Ursprünglich wurde er zu einem ganz anderen Zweck geplant, wird aber seit zehn Jahren zunehmend mehr genutzt, um die gestratteten Investitionen der fossilen Energiewirtschaft zu retten, die durch die staatlichen Maßnahmen, die in den Klimawandel überflüssigt werden. So wird der Kohleausstieg durch solche Klagen oder auch die Drohung damit, ausgebremst, ist ineffektiv und für den Steuerzahler unglaublich teuer. Die aufgerufenen Schadensersatzsummen sind nämlich sehr hoch, viel höher als die Summen, die von nationalen Gerichten erzielt werden. Nationale Gerichte orientieren sich nämlich an den tatsächlich verursachten Schaden, die Schiedsgerichten im Krieg orientieren sich am erwartenden Gewinn, eine sehr spekulatisierte Größe, die weit höher ist als der tatsächliche Verlust des Investors. Im Fall WorkCopper gegen Italien ist das zum Beispiel die siebenfache Summe. Es ist also ein lohnendes Geschäftsmodell, auch für die großen Wirtschaftsanwaltskanzleien. Sie bieten Beratungen an, wo eine Firma klagen könnte, und dann stellen sie die Anwälte und die SchiedsrichterInnen. Die SchiedsrichterInnen kommen nämlich nur aus diesem Kreis, und das sind etwa bei jetzt ca. 30 bis 50 Menschen, zu der Recherche des Corporate Europe Officers. Damit entsteht ein großer Anreiz, dass es viele Klagen sind, dass sie teuer sind und dass sie lange dauern. Irgendwie eine Parallelität zu den Steuertragen. Es gibt einige große weltweit operierende Kanzleien, die sich auch aktiv neue Geschäftsfelder suchen. Ein Beispiel, denn staatliche Maßnahmen zu bekämpfen der Corona-Pandemie wurden Firmengewinne beschnitten. Jetzt bieten sogenannte bilaterale Investitionsschutzabkommen Vielfachmöglichkeiten, Staaten zu verklagen. Mit CETA wäre dann auch so etwas hier in Deutschland möglich, da nicht vorgesehen ist, dass in einem Fall wie einer Pandemie der Vertrag ausgesetzt wird. Einige große Anwaltsfirmen werben schon im Internet mit den Corona-Klagemöglichkeiten um Kunden. Ihr könnt selber mal googeln. Ich habe schon unter den Stichworten Corona Law Investment allehand gefunden. Anhand eines aktuellen Beispiels möchte ich veranschaulichen, um welche Summen es bei Investor-Klagen geht. Wattenfall hat Deutschland nach dem Energiekatervertrag wegen des Ausstiegs aus der Kernkraft verklagt. Die Summe beträgt mittlerweile 6,1 Milliarden Euro für die Pleitereaktoren Krümel und Brunzmittel. Die Klage läuft seit 2012 und hat der Staat allein an Prozesskosten bereits 22 Millionen Euro gekostet. Voraussichtlich in diesem Sommer wird ein Urteil ergehen. So wird also die neue Welt mit CETA aussehen. Eine Handvoll großer Wirtschaftsanwaltskanzleien stimmt über die staatlichen und kommunalen Spiegelräume. Insbesondere sind sie dazu da, um den Status Quot zu erhalten oder den Aktionsradius privater Investitionen auszuweiten. Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen. Der Klimaschutzvertrag von Paris wird nicht einmal erwähnt. Das CETA-Recht kann nationales Recht überschreiben. Der CETA-Vertrag ist die Grundlage der Rechtsprechung, kennt aber nur Rechte und keine Verpflichtungen für die Investoren und kann auch nur von Investoren genutzt werden. Dieses Recht wird weiterentwickelt durch die CETA-Ausschüsse und die Investorschiedsgerichtssprechung selbst. Die Erfahrung zeigt, dass die Investorschiedsgerichten bevorzugt eine Urteilsbildung im Interesse des Investors erfolgt. Anzunehmen ist, dass darüber hinaus Wirtschaftsanwälte auch als Experten an CETA-Ausschüssen teilnehmen. CETA sei der Goldschland nach mit neuen Handelsverträgen, so die Aussage führender Wirtschaftsvertreter und Politiker. Wenn CETA zugestimmt wird, sollen alle anderen Handelsverträge in dieselbe Optionen von Investorschiedsgerichten erhalten. CETA wird vermutlich dieses Jahr zur Ratifizierung in Deutschland anstehen. Wenn ein großes Land wie Deutschland CETA nicht ratifiziert, wird es nicht durchsetzbar sein. Dass es einen großen Kampf geben wird, den die Eliten mit allen Mitteln führen wollen, zeigt sich schon in der Militarisierung ihrer Sprache. Die EU würde sich als zahnloser Tiger in der Welt zeigen, wenn es nicht einmal schafft, so etwas wie ein Handelsvertrag abzuschließen. Oder CETA und nachfolgende Verträge würden gebraucht, damit wir als westliche Wertgemeinschaft unsere Standards setzen können. Oder ganz gleich, ganz in militärischer Analogie, wir brauchen eine Wirtschafts-NATO. Und CETA-bereit schneidet alle Bereiche Klimaschutz, Umweltschutz, Arbeitnehmerschutz, öffentliche Daseinsvorsorge, Kultur. Ich komme auch zurück auf den Anfang meiner Rede, dass so viele Themen um die Aufmerksamkeit von Aktivisten buhlen. Mit CETA werden alle unsere anderen Anliegen torpediert. CETA und die damit verbundene Einführung von Investorschiedsgerichten wäre eine grundlegende Änderung der Spielregeln ein Paradigmenmix, der es zukünftig der Zwilligenkriegsgesellschaft noch viel schwerer machen wird, mitzugestalten. Und wenn der Vertrag einmal ratifiziert ist, kommen wir praktisch nicht mehr heraus. Es ist ein EU-Vertrag, der nur durch alle Mitgliedstaaten der EU gemeinsam kündbar ist. Aber auch dann wären die Investitionen noch 20 Jahre geschützt. Im bürgerlichen Gesetz würde man einen solchen Vertrag wohl schlicht sittenwidrig nennen. Wenn jetzt die Entscheidung um CETA ansteht, müssen wir alle darum kämpfen, dass CETA und die Investorschiedsgerichte nicht ratifiziert werden. CETA würde alles, was wir durch unser zivilgesellschaftliches Engagement erreichen wollen, die Umwelt- und Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte für Kultur- und Daseinsvorsorge, erschwerend oder gleich ganz zünnig gemacht werden. Wären wir uns alle jetzt. Im Augenblick laufen drei Online-Preditionen, die wichtig sind. Zum einen gibt es eine europaweite Petition zum Energie-Charta-Vertrag, die von mehr als 20 Organisationen getragen wird. Zum anderen gibt es von den lokalen Bündnissen für gerechte Weltheit-Initiierten je eine Petition auf Change.org und auf Open Petition, die auf die Problematik von CETA und die Bedeutung der anstehenden Ratifizierung aufmerksam machen sollen. Bitte untersteigen und verbreiten Sie weiter. Hier gibt es Handzettel an dem Stand mit den Adressen. Beteiligt euch an Aktionen, informiert andere. Bringt CETA wieder in die Diskussion mit Abgeordneten. Gerade jetzt im Wahlkampfzeit und dann später auch bei Koalitionsverhandlungen. Vielen Dank.